Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir uns Quant etwas genauer anschauen. Wurde sich ja auch sehr sehr oft gewünscht, deswegen heute ganz in Ruhe und etwas ausführlicher in den kleineren Timeframes und in den größeren Timeframes Quant. Wenn ihr noch irgendwelche Altcoin-Wünsche habt, schreibt sie unten gerne in die Kommentare rein, dann werden wir das jetzt täglich oder immer mal wieder ein paar Altcoins abklappern. Doch bevor wir starten, lasst doch dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gerne die Glocke aktivieren und in die Telegram-Talk und Signalgruppe gerne reinjoinen. Gut, da haben wir genug Eigenwerbung gemacht, jetzt starten wir mit Quant durch. Momentan traden wir bei ungefähr 106 US-Dollar. Wir hatten ja unseren riesigen Hype bis ungefähr 230 US-Dollar, wo ich leider persönlich auch den Hype ein bisschen verschlafen habe bzw. keinen Einstieg gefunden habe. Wir haben aber dann darüber gesprochen, okay, es ist jetzt ein bisschen ruhiger geworden um Quant, klar, die Interproperabilität, oh Gott, ich kann dieses Wort nicht aussprechen, ist natürlich ein Game-Changer, wenn auch alles wirklich funktioniert, dort bei Quant, aber ich sehe das ganze Projekt trotzdem sehr, sehr positiv. So, jetzt haben wir uns beim letzten Mal das FIP-Level mal gezogen, von unserem Low war ungefähr 40 US-Dollar grob geschätzt bis ungefähr 228 US-Dollar. So, jetzt befinden wir uns momentan genau in diesem Golden Pocket und das schon in einer längeren Zeit, wir kriegen aber hier kaum wirkliches signifikantes Volumen mehr rein. Das heißt, wir sehen, okay, Volumen deutlich abnehmen, versuchen nochmal so ein Breakout, ist aber nicht wirklich bullisch, weil wir brauchen für ein Breakout deutlich mehr Volumen und natürlich auch für einen Abtrend und der liegt hier momentan nicht vor. Wir sind jetzt wieder hier genau am 0,65er Fibonacci Retracement Level, also am unteren Ende des Golden Pockets, sehen hier wenig Bewegung. Wenn wir jetzt ein bisschen so in die kleineren Timeframes blicken und uns einfach mal so ein bisschen das Volumen angucken, sehen wir, okay, wir haben hier bei 94 oder 95 US-Dollar, das war übrigens hier unser Einstieg in diesem Bereich, noch sehr, sehr viel Volumen hier unten in diesem Volumenprofil. Wir machen das mal ganz kurz, ja, kann man das aufschalten? Egal. Ja, wir haben hier unten noch sehr, sehr viel Volumenprofil bei 94, 95 US-Dollar, das spricht ehrlich gesagt erst einmal für nochmal ein bisschen runter, zumindest in diesem Bereich. Und was wir auch noch dazu sagen müssen, ihr seht es hier drüben schon so ganz leicht angedeutet, hier diese blaue Linie, dort haben wir noch eine Ineffizienz bei ungefähr 91 US-Dollar. Natürlich durch diesen ganzen Hype ist da eine Ineffizienz nach dem anderen dazugekommen und die werden jetzt wahrscheinlich früher oder später nach und nach gefüllt. Trotzdem muss man sagen, Quant hält sich im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Altcoins deutlich, deutlich bullischer. Das wäre jetzt mal so dieser kurzfristige Blick, wie gesagt, wir kämpfen uns Golden Pocket, aber es sieht einfach nicht stark aus, da fehlt das Volumen, wir kriegen hier keinen richtigen Abtrend rein. Wenn ihr jetzt nochmal hier auf den RSI hier blickt, sehen wir auch, okay, wir haben hier eine deutliche Hidden Bearish Divergence, also heißt, höheres Hoch im RSI, aber tieferes Hoch dann im Chart. Also es sieht nicht wirklich gut aus, meines Erachtens nach, deswegen hier ein bisschen weiter aufpassen mit Quant, zumindest momentan werde ich hier erstmal nichts akkumulieren, wir haben bei 95 eingekauft, deswegen ein bisschen vorsichtig. So, jetzt haben wir uns mal noch das Trend Fibonacci dazugezogen von unserem High, dann zu unserem Zwischentief, wieder zu unserem Zwischenhoch und da sehen wir, okay, wir haben auf jeden Fall noch bis zum 0,5er hier unten bei den 66,90 Platz, wenn nicht sogar bis zum 0,618er bei 51 US-Dollar. Also abschreiben würde ich das nicht, klar, es würde für Quant einen enormen Rückschlag bedeuten, sage ich jetzt einfach mal so, wir wären hier nochmal bei einem 50% Dump, den schließe ich aber ehrlich gesagt so deutlich mehr aus. Gefällt mir nicht wirklich, ich tendiere hier sogar eher auf dieses 0,5er Fibonacci Retracement Level bei ungefähr 67 US-Dollar. Warum? Weil wir hier auf dem Daily Time Frame noch eine riesige Ineffizienz haben, das sieht man hier ganz gut und auch hier, die haben wir schon in blau eingezeichnet bei diesen 66,90, diese Ineffizienz und natürlich auch dieses Void. Jetzt machen wir nochmal unseren geliebten Trailer's Reality Indikator dazu an, schauen mal hier auf den Daily Time Frame, okay, wir haben hier keine wirkliche Vector Candle, wir blicken jetzt nochmal auf die kleineren Time Frames, nochmal ganz kurz dazu und ein bisschen ranzoomen, sehen wir auch, okay, wir haben hier noch eine Menge so kleine Vector Candles, die wir uns auf jeden Fall noch holen sollten. Und das ist eben so ein Punkt, wo ich sagen würde, okay, das ist dieser Bereich, wo ich als nächstes nachkaufen würde. Also zwischen 66,80 und ungefähr 74 bis 75 US-Dollar ist auf jeden Fall eine große Nachkaufzone von mir, einfach um dann einen möglichen Hype, der wahrscheinlich wieder kommen wird, weil Quandt, sage ich mal, noch nicht da angelangt ist, wo sie sein sollen oder auch halt ein Problemlösungsprojekt ist, wäre dieser Bereich auf jeden Fall sehr, sehr interessant für uns. Jetzt blicken wir nochmal ganz kurz auf andere Indikatoren, weil wenn, dann machen wir ja das ganze Spiel hier bei Quandt, schauen einerseits die EMA Ribbons auf den Daily, die sehen bearish aus, also Widerstand, wir klicken auf die Pivots, momentan würde zumindest nach jetzigem Stand, gut, Dezember ist bald um, sehr, sehr gut passen mit dem S4 hier unten in dem 67er Bereich, dann den SMA, den 200er SMA und das ist nämlich ein ganz wichtiger Widerstand, vor allem auf dem Daily Time Frame, dafür machen wir nochmal ganz kurz die Ribbons auf und die Pivots auf und da seht ihr, okay, 200er SMA auf den Daily, wurde als Support gebrochen und das ist kein gutes Zeichen, 200er SMA ist in der Vergangenheit immer, vor allem bei Altcoins sehr, sehr effektiv gewesen und sobald wir hier diesen Support verlieren oder einen Daily Close darunter kriegen, ist für mich jetzt erst einmal bearish angesagt und deswegen auch keine Nachkaufzone und das könnt ihr euch überall bei sehr, sehr vielen Altcoins angucken, 200er SMA einzeichnen bzw. als Indikator hinzufügen und dann auf den Daily Time Frame gucken, okay, wie sieht es da aus und ihr seht vorher, immer schön hier wieder Support in dieser Zwischenrallye nochmal gehabt, auch hier Daily Close gab es nur ein Minimal, aber das war wirklich nur Minimal drunter, Next Daily Candle wieder Bullish nach oben, immer diese Wigs hat dann leider nicht mehr gereicht, nicht mehr um hier oben diese kleine Ineffizienz bei 136 zu füllen und dann ging es bergab und jetzt haben wir hier nochmal ein, zwei Tage ein bisschen drum gekämpft und jetzt ging es nach unten. So, ist für mich nicht Bullish, deswegen für mich momentan keine Nachkaufzone, auch weil das Golden Pocket keinen wirklichen Support mehr gibt, umso öfters du ein Golden Pocket antestest, desto weniger Liquidität liegt natürlich da und deutet auf sinkende Kurse hin. Das heißt für uns, wichtige Bereiche, die 95 US-Dollar, der zweitwichtigste und für mich deutlich, deutlich interessanteste Bereich ist momentan hier die 66 US-Dollar bis 75 US-Dollar. Dort liegen erste Orders, ihr seht auch vom Volumenprofil hier unten, sehr, sehr viel Volumen hier nochmal an dieser Stelle in diesen Bereichen, die wir uns noch fischen könnten. Bricht diese Zone hier bei 95 und wir sehen hier keinen Bounce, wird es meines Erachtens nochmal deutlich, deutlich tiefer gehen und das wäre dann für mich das erste Bodensignal hier unten, wo wir uns mal drüber Gedanken machen könnten, okay, ist hier möglicherweise ein Boden, es würde charttechnisch passen, wir haben die Ineffizienz, wir haben das Void gefüllt, wir haben die Vektoren abgeholt, wir haben hier eine schöne Supportzone, wenn wir uns hier ein bisschen stabilisieren und das dann auch mit deutlich mehr Volumen und einem Abtrend reinkriegen, ist das für mich hier möglicherweise ein erstes Bodensignal. Gut, das war es zu Quant, mehr gibt es hier momentan, ehrlich gesagt nicht zu sagen, Volumen geht raus, wir haben keinerlei Divergenzen, sonstiges auf den größeren Timeframes, 75 bis 64, 66, das ist so die Zone, die ich im Auge belassen würde, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen, abonnieren, kommt in die kostenlose Talk- und Signalgruppe und schickt gerne eure Altcoin-Wünschen unten in die Kommentare rein, das war es von mir, wir sehen uns zum nächsten Video wieder, bis dahin, ciao, ciao und stay crypto!